Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, immer wieder dieselbe Vorgehensweise der CDU, die Unterrichtsversorgung zu instrumentalisieren und dabei mit falschen Fakten zu arbeiten. Sie schließen sich dabei wohl dem möglichen Wort des Jahres unter dem Motto alternative Fakten an. So hat das mein Kollege, der zum Glück wieder genesen ist, Uwe Strümpel, bei der letzten Plenardebatte ausgeführt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und diesen Worten des Kollegen Strümpel gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Eigentlich hätten wir erwartet, dass Sie heute Ihren Antrag als erledigt zurückziehen, aber Sie arbeiten mit den gleichen Instrumenten weiter, obwohl der Antrag, den Sie eingebracht haben, aus mehreren Gründen erledigt ist. Punkt eins, die Zahlen liegen seit Anfang März vor. Das hat der Kollege Heiner Scholling gerade ausführlich dargelegt und dass die Zahlen auch nachvollziehbar vorliegen. Zweitens, das dauerhafte Konzept bis 2025, da hat auch der Kollege Scholling darauf hingewiesen, ist ein schwieriger Weg, so wie Sie sich das vorstellen. Wir haben aber ein privates Mittel darauf, das ist die MIPLA. Die MIPLA hat schon immer genau diesen Ansprüchen Rechnung getragen und deswegen ist es gut, dass wir genau danach verfahren und genau in dieser MIPLA ist abgebildet, dass auch dem G9 mit den entsprechenden Planstellen Rechnung getragen werden wird. Wir also nicht in ein Chaos hineinlaufen, wie Sie das hier gerne immer wieder hochreden wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen bleibt eigentlich nur die Frage übrig bei Ihrem Antrag, worum es Ihnen eigentlich geht. Erstens, Klamauk. Zweitens, Vertuschen von eigenem Versagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist das eigentliche Tragische an Ihrem Antrag. Herr Seefried, Sie haben gerade die rein statistischen Daten kritisiert, die immer nur vorgelegt wurden und dass man sich nur an Statistiken abarbeiten würde. Aber das, was Sie gerade gemacht haben, war ein Aneinanderreihen von Zahlen, die Sie einfach in den Raum gestellt haben, statistisch, ohne irgendeinen inhaltlichen Zusammenhang. Und ich glaube, dass das genau mit dem Punkt zusammenhängt, dass Sie von dem eigenen Versagen an dieser Stelle ablenken wollen, dass Sie nämlich die Ursachen dafür zu verantworten haben, was in Niedersachsen derzeit der Fall ist. Sie verdrehen die Tatsachen, indem Sie die Unterrichtsversorgung alt vor 2013 mit der Unterrichtsversorgung heute vergleichen. Also ein Vergleich von Äpfeln und Birnen an dieser Stelle. Sie haben die Unterrichtsversorgung 2004 geschönt, indem Sie umgestellt haben von schülerbezogenem auf klassenbezogenen Schlüssel. Und damit die Unterrichtsversorgung mal eben um 4 Prozent von 98 Prozent auf 102 Prozent erhöht haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ein Griff in die Trickkiste. Das ist Mauschelei und das ist keine ehrliche und zukunftsorientierte Bildungspolitik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie verschweigen immer bewusst in der Debatte, dass es eigentlich um die Sollstunden geht und wie sich die Sollstunden zusammensetzen. Die Sollstunden heute beinhalten die Verdreifachung des Ganztages, und zwar eines rechtssicheren Ganztages und nicht eines Ganztages, wie ihn Ihr Kultusminister Bernd Althusmann zu verantworten hatte, wo die Staatsanwaltschaft im Kultusministerium ein- und ausgegangen ist. Es gehört ferner dazu, die Steigerung von Sprachlernklassen unter Ihrer Ägide 20 bei uns über 700. Und es gehört natürlich auch das Thema Inklusion dazu mit Doppelzählung und allen anderen Folgen. Und wenn man alleine diese drei Faktoren berücksichtigt, dann würden wir jetzt schon bei einer Unterrichtsversorgung von über 102 Prozent liegen. Und das wäre deutlich mehr als das, was Sie mit Ihrer Trickserei erreicht haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, es bleibt die Frage, warum tun Sie das? Wahltaktische Erwägungen, Katastrophen herbeizureden oder aber Verantwortung Ihres eigenen Verschuldens abzugeben? Herr Seefried, das mag Sie aufregen, aber man muss immer wieder darauf hinweisen, wer hat denn Studienstandorte zerschlagen in Niedersachsen? Sie waren das und haben eine unattraktive Lehrerausbildung in Niedersachsen eingeführt. Wer hat Studiengebühren in Niedersachsen eingeführt und damit Rechnung dafür getragen, dass weniger Studierende in Niedersachsen waren? Das waren Sie mit Ihrer Regierung. Und wer hat die Studienplatzkapazitäten im Bereich der Förderschullehrer runtergefahren? Das waren Sie. Und all das, all dieser Lehrermangel, der trägt einen Namen, der heißt Bernd Althusmann an dieser Stelle. Bernd Althusmann ist dafür verantwortlich, dass wir diese gottenschlechte Vorsorge getroffen haben für den heutigen Lehrerbedarf, die Lehrer, die heute am Markt fehlen und auch für Rechtsbruch in der Bildungspolitik. Das muss immer noch dazu gesagt werden. Und er hat auch einen ganz tollen Vorschlag in den Raum gestellt, wie man dem allen Rechnung tragen könnte. Wir streichen die Anrechnungsstunden bei den Lehrerinnen und Lehrern. Was heißt das, wenn wir die Anrechnungsstunden bei den Lehrerinnen und Lehrern streichen? Sie verlängern die Arbeitszeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zwar für alle Lehrkräfte. Sie streichen sinnvolle pädagogische Bezüge von Lehrern in die Schule hinein und damit auch zu den Schülern. Und Sie treffen die Koordinatoren, Sie treffen die Schulleitung, Sie treffen die didaktischen Leitung und die Fachpreisleitung. Sagen Sie das doch einmal ganz deutlich, dass Sie genau das wollen, dass Sie genau das wollen und da Veränderungen herbeiführen wollen auf dem Rücken derjenigen, die diese gute Bildungspolitik in Niedersachsen gestalten, nämlich auf dem Rücken der Lehrerinnen und Lehrern. Und genau das ist nicht unser Konzept. Unser Konzept ist ein Konzept der Qualität. Und ich glaube, von dem Qualitätsbegriff haben Sie, glaube ich, noch nicht mal eine Vorstellung, was das beinhaltet. Das ist Ihr Hauptproblem, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir setzen auf die Verdreifachung des Ganztages und zwar in allen Facetten. Offen, teilgebunden, gebunden. Das, was Sie verboten haben, ermöglichen statt verordnen, sage ich an dieser Stelle nur. Wir setzen auf den Bereich... Herr Pulitzer, ich möchte Sie kurz noch... Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Seyfried? Ja, gerne. Herr Seyfried. Vielen Dank, Herr Kollege. Wo Sie gerade so viel über die angebliche Qualität sprechen, würde ich gern von Ihnen wissen, warum denn im Niedersächsischen Landesinstitut für Qualitätsentwicklung die Lehrerfortbildung und Schulleitungqualifizierung ausgesetzt werden. Herr Kollege Seyfried, das ist im Moment gerade eine Behauptung, die Sie hier in den Raum gestellt haben. Das ist ja auch eine Frage, die Sie an die Kultusministerin vorhin bereits gestellt haben. Ich gehe davon aus, dass Sie auch eine Antwort darauf kriegen. Aber bis auf die Behauptung derzeit habe ich jetzt keinen Beleg dafür, dass dauerhaft dieser Bereich ausgesetzt worden ist. Wir werden diesem Hinweis natürlich nachgehen und prüfen, wie man auch da qualitativ weiterarbeiten wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Kultusministerium auf jeden Fall an der Qualitätsschraube nicht drehen wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, wie gesagt, zu dem Bereich Qualität gehört bei uns der Ganztag. Da gehört insbesondere das Thema Sprache dazu. Da gehört das Thema Inklusion dazu. Und da gehört auch ein ganz anderes wichtiges Thema dazu. Das ist die soziale Arbeit an Schule. Das Thema, was Sie völlig in den Sand gesetzt haben. Wir haben soziale Arbeit an Schule in Landesverantwortung übernommen. Wir haben deutlich aufgestockt um über 30 Prozent. Und jetzt werden jährlich über 300 Millionen Euro in den Bereich soziale Arbeit an Schulen hineingegeben, um dort eine gute und qualitative Arbeit machen zu können. Und das bringt eins zum Ausdruck. Diese Ministerin steuert, diese rot-grüne Fraktion trägt diese Steuerung in der Bildungspolitik. Und diese Landesregierung hat überhaupt keinen Grund aufzugeben. Denn mehr als Geschrei und Klamauk werfen Sie derzeit nicht in die Waagschale. Und das zeigt, dass Sie auf der richtigen Seite des Hauses sitzen in der Opposition. Und da werden Sie auch nach dem 14. Januar 2018 noch sitzen. Für den 13. Jahrgang sind 710 neue Planstellen auf den Weg gebracht worden. In diesem Einstellungsjahrgang sind für den 1.8. mehr als 1.800 Stellen auf den Weg und ausgeschrieben worden. Wir werden im nächsten Jahr einen deutlichen Rücklauf aus den Studienseminaren haben, der die Unterrichtsversorgung weiter verbessern wird, insbesondere im Bereich der Oberschulen ist ganz deutlich ausgeschrieben worden. Das ist der Bereich, den Sie gestern uns vorgeworfen haben, in dem wir einsparen würden. Es wird eine bedarfsgerechte Planung und auch Nachsteuerung geben. Der 17-Punkte-Plan wird das Ganze verkomplettieren. Und von daher ist diese Bildungspolitik auch weiterhin auf einem guten Weg. Wir setzen auf Qualität. Sie setzen auf Klamauk und Geschrei und deswegen werden Sie auch am 15. Januar 2018 noch auf der Oppositionsbank sitzen. Applaus 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 Vielen Dank.